Herzlich Willkommen zu meinem neuen Video. Wir haben es jetzt Mitte April, die Tage werden länger, es wird grün in der Natur und der Frühling beginnt. Bis zum 1. Mai sind es noch etwa zwei Wochen und deshalb möchte ich die Zeit nutzen, um euch noch ein paar Erlebnisse aus den letzten Wochen zu zeigen. Viel Spaß dabei! Musik 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 Und nun möchte ich euch noch diesen Ansitz aus dem vergangenen Februar zeigen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020